Diese Woche bei Hour of Power erleben Sie den zweiten Teil des Interviews von Bobby Schuller mit Tim Timmins, der an Krebs erkrankt ist, aber sich von dieser Diagnose nicht bestimmen lassen will. Außerdem hören Sie großartige Lieder von Tim Tim Tim, Daniel Rodriguez und dem Hour of Power Chor. Lassen Sie sich durch die Predigt die innere Stimme der Liebe von Bobby Schuller für ihren Alltag ermutigen. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.